Ärztin Dr. Saskia Smolka und ihr Team empfangen nun eine Elektrikerin, die einen Stromschlag erlitten hat. Besonderes Augenmerk liegt auf möglicherweise lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen. Diese können auch erst Stunden nach so einem Unfall einsetzen. Wissen wir, wo weiß ich, was passiert ist genau? Zuhause? Nein, das war während der Arbeit. Herr Körner, der Chef der Patientin, ist hier. Das ist ein Kollege von mir. Geht's dir gut? War jetzt keine Arrhythmie festzustellen. Wir haben einen Zwölfkanal gemacht. Einen Druck haben wir gemessen. Wir waren alle soweit unauffällig. Bis auf eine Sinustachycardie im Abdomen haben wir Verletzungen festgestellt, die jetzt allerdings nicht zu diesem Muster des Stromschlags passen. Ist auch nirgendwo aufgefallen oder so? Nein, kein Sturzereignis, kein Trauma, nichts. Hier, zeige ich euch das mal. Ja, okay, das gucken wir uns gleich genauer an. Bei Stromschlagopfern muss man zunächst einmal schauen, wodurch der Stromschlag ausgelöst wurde. War das jetzt einfach ein Haushaltsunfall mit niedrigerer Voltzahl oder eben im betrieblichen Rahmen? Das muss man so ein bisschen differenzieren. Und dann muss man vor allem eben die Herzströme sich anschauen, weil ein Stromschlag eben zu Herzrhythmusstörungen führen kann und die natürlich entsprechende Konsequenzen haben können. Können Sie sich dann daran erinnern, was genau passiert ist? Einmal nochmal kurz. Ja, für uns zwei Pole einfach falsch angeschossen und sagen, Sie haben die Tür zumachen mit der Vokal. Okay, gut. Waren bewusstlos oder sowas? Oder alles? Wüssten Sie jetzt nicht? Im Moment fühlen Sie sich auch gut. Ich fühle mal kurz den Puls. Aber der Kollege sagte, bisher war vom EKG alles in Ordnung. Und Sie waren dabei? Bisschen schnell, aber rhythmisch. Okay. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Ja, was heißt, ich sag mal, in der letzten Zeit war sie ein bisschen neben der Spur. Aber das hat wenig damit zu tun, was da vorgefallen ist, denke ich mal. Also das, was passiert ist, ist, dass sie halt diesen Stromschlag bekommen hat. Das hat ihr Kollege wahrscheinlich vorhin erzählt. Ja, ja, genau. Richtig. Und es ist halt so gekommen, dass sie vergessen hat, am Sicherungskasten die Sicherung rauszuholen. Okay. So, und dann hat es da... Doch, ein bisschen anders, als ich selber gerade schildert. Ja, also ich sag immer wieder, sie sollen es immer wieder kontrollieren. Aber wahrscheinlich hat das... Okay, ja, das ist unbedacht. Richtig. Okay, gut. Ja, danke dir. Genau, wir schauen uns mal die Wunden jetzt an. Als ich herausstellte, dass der Unfall passiert ist, weil die betroffene Person vergessen hat, die Sicherung rauszunehmen, fand ich das schon so ein bisschen auffällig, weil sie natürlich als Elektrikerin arbeitet. Wenn jemand, der das als Laie zu Hause macht, wenn dem das passiert, dann denke ich, kann das einfach mal vorkommen. Aber sie, die ja nun tagtäglich damit zu tun hat, sollte eigentlich wissen, dass das das A und O ist. Sie sind aber nirgendwo draufgefallen, weil der Kollege gerade sagte, sie hätten am Bauch auch noch Wunden. Das müssen wir uns jetzt einmal anschauen. Kannst du die Hose noch so ein bisschen aufmachen erst mal? Ja. Ich muss aber einmal hier am Bauch gerade schauen zumindest. Ja? Hier ist alles in Ordnung. Ja, aber er sagte, sie hätten da Wunden. Die muss ich mir ja einmal angucken. Das ist alles gut. Ja. Und an den Händen dürfen wir da mal schauen? Genau. An der Hand gucken wir erst mal. So, gucken wir erst mal da. Okay, da ist ja die kleine Wunde. Das ist ja halt automatisch. Die Frau Wilms wäre hier, das ist die Mutter von der Patientin. Hallo. Guten Tag. Ja. 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 Das ist passiert. Stromschlag bekommen auf der Arbeit. Ja. Ja. Ich war total aufgeregt, als ich den Anruf bekommen habe, dass Janina was passiert ist. Und ich, ja, ich musste natürlich ins Krankenhaus, um zu sehen, was los ist, ob es ihr gut geht und überhaupt was dahinter steckt. Sie ist seit einiger Zeit schon so komisch zu Hause und sie spricht auch gar nicht mehr mit mir über alles. Und ich glaube ja, dass da mehr dahinter steckt. Irgendwas ist auf der Arbeit nicht in Ordnung. Was ist denn genau passiert? Können Sie oder kannst du mir was sagen, Janina? Was ist denn da los? Ihr Chef sagte jetzt gerade, sie hat wohl vergessen, die Sicherung rauszustellen, bevor sie die Kabel verdrahtet hat. Was? Na? Das ist, machst du doch sonst nicht solche Sachen. Ich weiß auch nicht. Und er dachte, sie wären ein bisschen unkonzentriert gewesen in letzter Zeit, ne? Ich weiß nicht, was sie jetzt selber dazu meinen. Ja, das ist mir zu Hause auch schon aufgefallen, dass du in letzter Zeit so ein bisschen komisch bist. Und das verstehe ich auch gar nicht, ne? Weil du sprichst gar nicht mehr mit mir über alles. Haben sie denn sonst irgendwelche Symptome? Sind sie schläfrig oder sowas? Können sie nix sagen? Nee. Okay, gut. Ich schau mir jetzt einmal die Wunden hier an. Also, das sieht jetzt auch nicht aus. Sie sind noch nicht draufgefallen, sagten sie, ne? Das sieht schon noch eher aus wie Verbrennung, aber irgendwie ein bisschen älter. Und ich meine, das macht ja auch keinen Sinn, wo sollte das jetzt herkommen durch diesen Stromschlag an der Hand. Ähm, tut das denn jetzt hier weh, wenn ich hier drumherum so taste? Nur auf den Wunden selber wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ja. Okay. Und können Sie sich was erklären? Haben Sie da... Also, ich hab halt grad einen Stromschlag bekommen, es tat schon sehr weh. Ja, aber tat es im Bauch weh? Nein. Ich wollte gerade sagen, das kannst du nicht achten haben, oder? Das hat ja keinen Zusammenhang damit, oder? Als die Ärztin die weiteren Verletzungen am Bauch gefunden hat, da wusste ich erst mal gar nicht, was los ist. Die hat überhaupt nichts erzählt zu Hause. Also, normalerweise, wir sprechen über ziemlich jedes Thema. Klar, eine junge Frau hat auch Geheimnisse vor ihrer Mama. Das verstehe ich auch. Aber über sowas spricht man doch, wenn man da irgendwas hat. Also, das kann ich gar nicht verstehen, dass sie da überhaupt nichts zu mir gesagt hat. Haben Sie mir denn da vielleicht irgendwas zu sagen? Ich meine, Sie sehen sie ja jeden Tag auf der Arbeit. Die ist jetzt... Ich weiß nicht, die letzten zwei, drei Wochen verhält sich so komisch. Wird die da irgendwie von den Männern irgendwie gemobbt oder so? Kann das sein? Um Gottes Willen vorwärts. Also, ein Mob will sie nicht. Ich sag mal, Janina ist ein toughes Mädchen. Ja, ja, das kenne ich sie ja auch. Genau, deswegen. Also, ich verstehe das gar nicht. Mobben wird sie sich nicht lassen. Aber ganz ehrlich, mir ist es auch nicht entgangen. Sie ist neben der Spur. Ich bin eher davon ausgegangen, dass es zu Hause irgendwas nicht stimmt. Nee, im Gegenteil. Insgesamt zeigt es sich so ein bisschen, dass die Patientin auch gegenüber ihrer Mutter, wo sie eigentlich ja wohl ein gutes Verhältnis hat, sehr zurückhaltend war in letzter Zeit, auch gewisse Dinge eben nicht preisgegeben hat, auch diese Male im Bauchraum nicht mit der Mutter besprochen. Und auch nicht, warum diese überhaupt zustande gekommen sind. Sodass insgesamt da irgendwas im Bus zu sein schien, was die Patientin uns nicht mitteilen wollte. Ich würde gerne die Hose noch ein bisschen weiter ausziehen, um zu gucken, ob das noch irgendwo tiefer geht. Weil ich kann da jetzt nur den Ansatz von diesen, wir müssten das einmal richtig angucken. Wir machen gerade den Verband hier noch zu Ende an der Hand. Wir müssen das doch einmal abklären. Genau, wir müssen das einmal alles checken. Das möchte ich wirklich nicht so. Aber warum? Das machen sie einfach so ein bisschen sozusagen. Nein, weil sie wollen ja auch wissen, dass alles in Ordnung ist. Eben, genau. Ich muss das einmal gerade nachschauen. Ich würde ganz gerne auch eigentlich ein Ultraschalli vom Bauchraum einmal machen. Ja, aber das soll ja jetzt nicht sein. Ich habe ja einen Stromschlag in der Hand bekommen. Naja, weil wir wollen ja auch so ein bisschen erklären, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und wenn jetzt hier gesagt wird, sie sind irgendwie unkonzentriert. Möglicherweise ist das unangenehm, dass ich hier bin am besten. Genau, vielleicht gehen sie einfach mal raus und der ist auch sogar fertig. Prima. Tschüss zusammen. Alles klar. Aber wir wollen schon einmal gucken. Das müssten wir einmal machen. Einmal eine vollständige Untersuchung. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Möchten Sie, dass Ihre Mutter auch raus geht? Ich möchte einfach generell jetzt nicht, dass man nicht hier aussieht und weiter uns tut. Ich meine, wir können sie natürlich nicht zwingen, aber wir müssten eigentlich einmal bitte jetzt gucken. Als Janina sich so gesträubt hat, sich weiter untersuchen zu lassen, da wusste ich überhaupt gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Also das war so ein anderes Verhalten von ihr. Ich meine, wenn sie doch Beschwerden hat, dann sind die Ärzte doch da, um zu helfen. Und man will ihr ja nichts Böses. Und sie hat sich da so zugemacht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Janina. Sie brauchen doch jetzt nicht ... Hey. Bleiben Sie doch ruhig hier. Was ist denn ... Was ist denn mit dem los? Willst du einmal ganz kurz hinterher gehen? Ich weiß nicht, wo sie jetzt hingegangen ist, dann ... Ja, komm zusammen. Gehen wir hinterher. Das war schon wirklich heftig, als sie sich da die Elektronen und alles, was sie an ihrem Körper festgemacht war, von uns abgerissen hat und das weitergesucht hat. Wir standen erstmal alle wie perplex. Selbst die Mutter konnte sich erstmal im ersten Moment überhaupt nicht bewegen. Wir mussten erstmal unsere Gedanken sammeln. Lisa, hast du die Frau Wilms gesehen? Das ist die Patientin, die mit dem RTW gekommen ist? Die Blonde eben. So eine Blonde mit einem grünen Pullover? Genau, genau. Nee, leider nicht. Also ich hab sie jetzt ... Hast du irgendwas gesehen? Die muss hier grad hergelaufen sein. Die ist grad weggelaufen einfach. Nee, also durch die Tür ist sie nicht. Das hätte ich gemerkt. Aber ich hab leider gerade telefoniert. Ich weiß es nicht. Wo kann sie denn sonst hin sein? Warte auf, ja guck mal. Willst du mal bitte auf Station irgendwann mal nachfragen, ob diese blonde Frau da irgendwo aufgetaut ist? Ja. Es tut mir echt leid, ich kenn ihre Tochter nicht. Sie hat immer reagiert, als ich sie untersuchen wollte. Richtig. Also ich kenn sie im Moment auch nicht mehr wieder. Das ist total untypisch für sie. Und ich weiß nicht, also ... Ich kann mir nicht vorstellen, der Chef meint, das hat mit der Arbeit nichts zu tun. Aber ich ... Das glaube ich irgendwie nicht. Die ist so verändert in der letzten Zeit. Ich meine, das ist ein Männerberuf. Sie ist die einzige Frau da in der Firma. Und da muss irgendwas vorgefallen sein. Sie ist ja jetzt nicht die ganze Zeit so komisch. Das ist jetzt neuer Dings. Ich weiß nicht, ein, zwei Wochen lang. Sie spricht auch nicht mehr mit mir. Ganz komisch. Sie hat sich alles verändert. Ja, ja, auf jeden Fall. Sie ist die einzige Frau in der Firma. Es sind nur Männer um sie drum herum. Und vielleicht kriegt sie da dumme Sprüche, wird angemacht oder was weiß ich nicht. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wie Lisa ruft. Und wenn sie hier im Krankenhaus ist, dann finden wir sie ab, ja? Ja, ja, keine Sorgen machen. Ist immer so leicht gesagt. Ich weiß, ich verstehe das. Ich weiß ja selber nicht, was mit ihr los ist. Und das möchte ich ... Janina. Wo warst du? Ich war nur auf Toilette. Ist alles gut. Ich mach mir voll die Sorgen um dich. Okay, Frau West. Also das hätten wir noch anders regeln können, mit dem ich war nur auf Toilette. Sie hätten einfach was sagen müssen. Und dann wären wir mit ihnen auf Toilette gegangen. Eben, du kannst doch nicht einfach weglaufen. Was meinst du, was ich jetzt gerade gedacht habe, was ist los? Was ist los? Wir haben ihrer Mutter und uns in ziemlichen Schrecken eingejagt. Kannst du mir vielleicht einfach mal sagen, was denn stimmt? Ja. Was ist los? Okay, halt sie mal bitte. Komm, wir sind direkt mal auf die Liege. Oh Gott, was denn jetzt? Warte mal. Was ist los mit dem? Findest du keine Luft oder was? Ja, wir legen uns direkt hin. Aber hinschlaut oder was? Als die Patientin wieder zurück im Behandlungsraum war, zeigten sich halt so Symptome wie Atemnot und ein bisschen präkulaptisches, präkulaptischer Eindruck. Wir schlossen sie dann wieder ans EKG an, wo sich dann eben auch eine Herzrhythmusstörung zeigte. Und das war ganz klar einfach auf diesen kürzlich erfolgten Stromschlag zurückzuführen. Während Dr. Saskia Smolka die Herzleistung der 21-Jährigen überprüft, kehrt Janinas Chef in die Klinik zurück. Der Elektrikermeister hat ihre Tasche in seinem Dienstwagen gefunden. Die besorgte Mutter entdeckt darin ein ihr unbekanntes Gerät. Für mich sieht das aus wie so ein handeltübliches Tänzgerät, ne? Okay. Warum nutzen sie das denn? Das würde, könnte natürlich mit den Spuren im Bauchraum. Die müsste ich mir gleich nochmal genauer angucken. Was macht das? Also wofür braucht man sowas? Prinzipiell benutzt man sowas für Schmerzen, ne? Das macht über neurorezeptive Stromschöße. Kann das Schmerzen verbessern. Strom? Okay. Warum nutzen Sie das? Können Sie irgendwas sagen? Ja, ich hatte halt Rückenschmerzen. Mama, ich wollte nicht, dass du dir noch mehr Sorgen machst. Aber wieso sagst du denn nichts? Ja, du hast hier sowieso die ganze Zeit schon für Sorgen. Ja. Gut. Den Rücken würde ich mir dann einmal angucken. Ich meine, das ist ein bisschen untypisch natürlich, dass sie dann jetzt diese hauptsächlich im Bauchraum haben. Aber wir schauen jetzt einmal dann auf den Rücken. Es kam mir auf jeden Fall ein bisschen komisch vor, dass die Patientin die Verbrennung im Bauchraum hatte, obwohl sie ja dann erklärte, dass sie das Gerät benutzte, weil sie so starke Rückenschmerzen habe. Kann natürlich einfach unsachgemäße Anwendung gewesen sein. Man weiß es nicht, aber ich musste dem natürlich auf den Grund gehen. Ich taste jetzt einmal gerade hier ab. Hier oben in dem Bereich, wenn ich da drücke, ist das in Ordnung. Das geht alles, ja? So, sie stützen sich einfach so ganz locker auf mich drauf. Was ist, wenn ich so klopfe? Das geht alles? Ja. Ja. Okay. Und wieso haben Sie denn das Gerät dann vorne rum benutzt, wenn Sie für Rückenschmerzen das eigentlich verwenden wollten? Können Sie mir dazu irgendwas sagen? Herr Nina? Was? Ähm. Alles okay? Da ist was passiert. Ein kleines Manöhrchen, oder? Hm. Wollen Sie sich gerade noch mal kurz legen? Sie ist so aufgeregt. Sie hat eingenäst. Ja. Ist das denn öfter schon mal passiert? Alles gut. Ja? Das heißt, Sie haben das gar nicht wegen der Rückenschmerzen verwendet, oder weswegen? Nein. Also, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Rückenschmerzen und eine Blasenschwäche, dann müssen wir gucken, ob das irgendwie ein Bandscheibenvorfall ist. Wenn Sie aber sagen, die Rückenschmerzen, das war jetzt nur so ein bisschen... Bandscheibenvorfall? Ähm. Nein, ich habe keine Rückenschmerzen. Sie haben keine Rückenschmerzen, ja? Das Problem ist, dass Sie da die Blase nicht so richtig kontrollieren können. Ich war gerade auf Toilette, hat er gesagt. Ja. Waren Sie nicht auf Toilette? Ja. Ich habe halt die Binde erstmal weggemacht, damit man das nicht direkt sieht. Das wird total peinlich. Ich kann mir das auch gar nicht erklären. Okay, und das Tänzgerät haben Sie auch für die Blasenschwäche benutzt, ja? Und nicht für die Rückenschmerzen. Also Rückenschmerzen ist alles okay. Es ist natürlich nicht schön, wenn man mit einer Menschen zusammen ist und dann plötzlich einnässt. Wir haben ja sofort versucht, irgendwie diese Scham zu nehmen, denn es galt es ja einfach, warum nässt sie ein und wo kommt das her? Wie lange haben Sie das schon? Wollen Sie sich gerade sagen? Ein paar Tage, paar Wochen, Monate? Noch nicht so lang. Ja. Letztens, als ich von der Arbeit so traurig nach Hause gekommen bin. Okay. Wo ich erzählt habe, dass ich mich auf eine nasse Bank gesetzt habe. Das ist auch schon passiert. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt aber einmal tatsächlich einen Ultraschall vom Bauchraum machen. Ich habe dann einen Ultraschall im Bauchraum gemacht, um eben die Nieren und die Blase eingehender zu untersuchen aufgrund dieser Blasenschwäche, die bei der Patientin aufgetreten ist und habe in der Blase selber eine kleine Verschattung gesehen, die wir natürlich weiter abklären müssen. Ich würde einmal zur Ergänzung Sie einmal zum CT schicken. Ja. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Urinprobe von Ihnen. Dass wir einmal gucken, was da ist. Da scheint ja schon irgendwas zu sein an der Blase. Dass wir einmal gucken, was da genau Sache ist. Was das erklärt. In dem Moment, als es hieß, auf der Blase seinen Schatten zu sehen, da ist für mich erstmal alles zusammengebrochen. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt und meine Panik ließ so gewachsen. Und ich wollte das Janina gegenüber aber nicht so zeigen, damit sie nicht auch noch panischer wird. Sie war ja sowieso schon total fertig. Mutter Maren kämpft darum, vor ihrer Tochter nicht die Fassung zu verlieren. Sie bekommt ihre größte Angst dennoch nicht aus dem Kopf. Nach einer Stunde bangen Wartens liegen die ersten Untersuchungsergebnisse vor. Also wir sehen tatsächlich was an der Blase. Aber das ist nur ein Blasenstein. Also... Kein Krebs. Nein. Also es sieht überhaupt nicht nach Tumor aus. Ganz klassischer Blasenstein. Das kann auch diese Beschwerden verursachen. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz noch in die Urindiagnostik reinschauen. Als die Patientin nach der Diagnostik wieder bei mir zurück war, stellte sich zum einen raus, dass es tatsächlich ein Blasenstein war, den ich da als Verschattung im Ultraschall gesehen hat. Und als weiteres konnte man als Ursache für diesen Blasenstein in den Laboruntersuchungen und auch im Urinstatussysteme gemacht haben, sehen, dass da ein chronischer Harnwegsinfekt vorlag. Und durch so einen chronischen Infekt können sich eben einfach Ablagerungen in der Blase bilden, die letztlich dann so zu einem Stein sich zusammenfügen und eben dann diese Symptomatik hervorrufen. Ja? Das geht wieder weg. Also jetzt ist es erstmal so, wir müssen sie ja aufgrund des Stromschlags sowieso hier behalten, zur Überwachung. Wir müssen sie zwischendurch immer mit dem EKG überwachen, ob da alles in Ordnung ist. Dazu bekommen sie von uns Flüssigkeit und ein Diaretikum und wir hoffen, dass darüber eben diese Blasensteine ausgespült werden. Ich war erstmal total erleichtert, dass die Diagnose dann doch gar nicht so schlimm ist. Aber ich muss auf jeden Fall auch nochmal mit Janina sprechen, dass sie mir im Vorfeld nichts gesagt hat. Wir hätten zum Arzt gehen können. Ich hätte ihr vielleicht schon viel eher helfen können. Das hätte alles gar nicht so weit kommen müssen. Ein Blasenstein ist also Schuld an Janinas Inkontinenz und die wiederum an ihrer Unkonzentriertheit. Durch entsprechende Medikamente schied die Elektrikerin den Störenfried mit dem Urin aus. Zudem stellte Janina den Gebrauch des Reizstromgerätes ein. Die 21-Jährige hatte es benutzt, um ihre Blasenschwäche zu verringern und sich dabei die Brandwunden am Bauch zugezogen. Nach einer Woche durfte Janina die Klinik verlassen. ... ...